Ich werde die ganze Zeit durchstreamen. Ihr werdet mich vergessen wahrscheinlich. Durchstreamen? Na klar. Ja, natürlich. Du kannst auch nicht mehr anders. Was mache ich ohne dich dann? Weißt du? Das war sehr süß gerade. Das war schon sehr, sehr knuffig gerade. Ist es dann okay, wenn ich dich einfach mal anrufe im Stream? Ja, kannst du sehr. Wirklich? Ja, kannst du sehr gerne machen. Ernsthaft? Ja, natürlich. Bis dahin brauche ich dann aber natürlich eine Handy-Nummer. Oder halt Discord, stimmt.